Amira Wollen wir sie noch? Let's put a tag we want to use for the competition. Wir haben ja nur diese Sachen, also... Oh! Blau? Äh, lila. Oder das hier, das hier, das hier... Das hier. Okay. Und... Ja, hier haben wir nichts. So. Safe Set, äh... Mühler? Jumping. Safe. Okay. Geil. Das wusste ich nicht. Exit. Hallo, Exit. Oh! Season 3. Okay. Ja, ich hab halt nicht genug, also... Ja. Hier. 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 Pony class. Wir haben ja kein Pony. Vier Sprünge. Vier Sprünge. Okay, wir müssen diese Competition abschließen, bevor wir die nächste freischalten. Alles klar. Huh. Mal gucken. Ich werde sowas von verkacken. Also. Oh. 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 Das ist für meine Schuld, okay. Ja, dann nochmal, wenn ich es dann schaffe, ne? Hallo. Ja, galoppier doch mal an. Ich schaff's nicht, ey. Ja, buckeln musst du jetzt auch nicht. Ey, ich schaff's nicht. Okay, das ist jetzt auch möglich. You fell off. Okay. Ich bin runtergefallen. Na, danke. Ja, dann... Hallo. Mira ist ein bisschen zu ähnlich, der echten. Oh. Endlich. Oh mein Gott, ey. Oh. Okay. Äh, zwölf Penalities haben wir noch. Also schon, eher gesagt. Uff. Ja, lol. Alles klar. Ja, gut. Okay. Ähm. Ja, wir machen das nochmal. Hier. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Ohne, dass sie mich runterbuckelt. Okay. Huh. 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 Wann? Ja, gut. Okay. Hallo. Trab doch mal ran. Boah, geht das? Hey, wieso? Ich check's nicht echt jetzt. Ich bin halt jetzt mega konzentriert. Oh, wirklich? Sie ist ein bisschen zugleich an Amira. Also wirklich. Ab und zu ist es wirklich auch mit Amira so ein Kampf. Oh Mann, es war so gut. Bin ich gegen diese Wand geklatscht. Ja, gut. Zumindest weniger Penalities. Oh mein Gott. Okay, wir haben ein bisschen was gemacht. Wir machen das nochmal. Aber wir versuchen es zumindest. Wir haben ja noch ein bisschen Energie. Mal gucken. Okay. Okay. Ich schaff's. Ich bin einfach so konzentriert, ne? Oh, wir haben null Penalities. Oh mein Gott. Ja. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Endlich. Okay. Schaffen wir das nochmal? Oder hat unsere kleine Samira... Oh, wir haben ein neues freigeschaltet. Ja, genügend haben wir noch. Für eine Runde haben wir noch genug Power. Oh ja, es gibt immer diesen Countdown. Los, 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 los. Fine. Nein! Scheiße! Scheiße! Es war alles zu perfekt, um wahr zu sein. Ich wusste es. Uh! Okay. Ja gut, 10 Penalities für einen neuen Parcours ist auch okay. Aber zumindest sind wir fast über die vier. Fast. Eben. Oh Mann! Okay. Alles klar. Ja, ähm. Breeders Cup können wir das auch machen. Mal gucken. Ja. Okay. Okay. Wir versuchen das mal auch. So für Breeders. Also für Zucht, glaube ich. Gibt es auch Zucht? Wusste ich gar nicht. Okay. Es ist wunderbar, wie wir die Beine so am Pferd machen. Okay. Okay. Oh, komm schon. Natürlich muss es... kann es ja nicht gehen, ne? So. Das ist ja mega hübsch. Das ist ja mega hübsch. Alles klar. Böhrchen. Ja, vier Penalities. Okay. Okay, wir sind... gut dran. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Wir haben ja keine Pony. Und wir versuchen das nochmal. Mit dem hier. Mal gucken, ob wir es endlich gelernt haben. Oh mein Gott. Es ist nicht so leicht, wie es aussehen könnte. Was ist eigentlich hier? Wo? Nee. Und das hier? Ah, nichts. Okay. Ich war neugierig. Komm schon. Jetzt mal... Galopp. Das war knapp. Okay. Wir schaffen das. Wir... Wir... Wir schaffen das. Bin ich schon wieder gegen die Wand? Fast. Aber wir haben das gepackt. Oh. Geil. Null Penalities. Oh mein Gott. Overkvalifik. Oh mein Gott. Hä? Ach so. Okay. Hä? 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 es halt auf Englisch ist. Hallo! Laufen Sie bitte! Okay. Oh mein Gott, das war knapp. Okay. Hier, Scheiße. Hä? Oh, Scheiße. Ja, jetzt habe ich verstanden, wieso. Okay. Ich muss die Zügel mal in den Griff bekommen. Schade. Ja, wir haben halt den Season Pass nicht. Okay. Was haben wir bekommen? Okay. Okay. Super. Können wir das verbessern? Ja, dann machen wir das. Das können wir auch verbessern für ein weiteres Pferd vielleicht. Das verbessern wir auch mal. Dann trainieren wir sie mal. Und... Ja, dann mal war es jetzt auch wieder mit diesem Video. Wir warten jetzt einfach ab, bis Amira dann fertig gelevelt ist. Und... Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann geht es auch weiter mit Equestrian The Game. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin macht's gut. Bye, bye! Bye, bye! Untertitelung des ZDF, 2020